So, hallo, es ist schön, euch alle wiederzusehen. Die nächsten paar Donnerstagsvorlesungen, die wir machen, da wird es ums Wasser gehen. Und viele von euch wissen, dass Gerald Pollack, er hat praktisch entdeckt, dass das Wasser an Grenzflächen organisiert sich selber auf eine Art, dass das Wasser, die Wassermoleküle so zusammenhängen, dass da kein einziges andere Fremdmolekül mit reinpasst. So als Spitzname Easy Water hat eine ganz besondere Funktion in unserem Körper. Und dieses Wasser kann natürlich dann abgefiltert werden als absolut sauberes Wasser, ohne dass Energie aufgewendet wird. Das ist eine selbstorganisierende Fähigkeit vom Wasser in den Zellen. Das heißt, selbst säuberndes Wasser und alle Giftsstoffe werden eigentlich dadurch aus der Zelle ausgedrängt. Und wenn wir diese Eigenschaften vom Wasser vermehren können, verstärken können, entgiften sich die Zellen selber. Und wir wissen, dass es verschiedene Wellenlängenbereiche vom Licht gibt, das Wasser braucht, um sich so zu organisieren. Da gibt es also ganz viel zu sagen. Und wir können auch einfach durch eine Saunatherapie zum Beispiel können wir diese Frequenzbereiche erreichen und das Easy Wasser in uns verstärken. Es gibt viele Methoden, auch übers Essen oder das Trinken von Säften, das Easy Wasser in uns zu vermehren. Das war mal der Stand bis vor einem Jahr. Und was so in den letzten Jahren sich infiltriert hat, unser Feld, ist der Umgang mit dem Deuterium-verarmten Wasser. Oder Deuterium-Depleted-Wasser. D-D-W. D-D-W. Okay, und in den nächsten zwei Vorlesungen wird es im Wesentlichen darum gehen. Die erste Vorlesung ist von Stephanie Seneff, die viele von euch kennen durch ihre tolle Arbeit über Glyphosat oder Stephanie Seneff, den Unsinn entdeckt oder die Gefahren entdeckt, wie über die Chemikalien, die in den Nahrungsmitteln, bei der Nahrungsmittelherstellung verspritzt werden, welche Gefahren da aufentrauern und ist erst mal auf den Weg gekommen, dass dieses Glyphosat, was das Hauptmittel ist, was verspritzt wird, ist einmal, ist es wasserlöslich, das einzige wasserlösliche Herbizid, das dadurch ins Grundwasser eindringt, dadurch, dass es wasserlöslich ist und von heute überall erscheint. Ja, und jetzt möchte ich ganz kurz noch mal zusammenfassen, worum es hier geht. Viele von euch wissen, dass in meiner Therapie gibt es drei Schwerpunkte, wo ich sage, für eine gute Therapie brauchen wir drei Dinge. Wir brauchen gute Biochemie, gute Psychotherapie und gute Biophysik. Und das Kernstück von der Biophysik ab heute ist die Entfernung. Und ich habe jetzt, oder wir haben schon vor fünf Jahren mal experimentiert damit, da waren die Quellen von dem Wasser noch nicht so rein und habe das wieder liegen lassen und haben jetzt so seit einem Jahr wieder sehr viel damit gearbeitet und die Behandlungserfolge sind fantastisch. In den späteren Kursen, die ihr hoffentlich macht, zeige ich dann, wie wir genau damit umgehen. Im Herbst wird es sein, aber bis dahin sollt ihr nicht warten, sondern schon vorsichtig anfangen, damit zu arbeiten. Und was ich jetzt bei PK3 zeigen werde, die von euch kommen können, der Rieseneffekt, den dieses Wasser hat, auf eher esoterische, transpersonale Phänomene, dass wir da ganz, ganz in einen ganz anderen Bereich hineingreifen, den wir uns lange sehend haben, da Zugriff zu finden. Gut, damit möchte ich es erstmal lassen. Also die erste Vorlesung ist von Stephanie Senneff, das ist eine sanftere Hinführung über das Glyphosat. zum Deuterium verarmten Wasser. Und dann später von Petra Davila. Petra ist eine Ärztin aus den USA. Sie hat lange mit mir zusammengearbeitet, kennt auch Tee von vorne bis hinten. Ja, aber Petras Vorlesung gibt euch alles, was ihr wissen müsst, über Deuterium verarmtes Wasser. Gut, nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, einen Stift, einen Zettel zur Hand, damit ihr, ja, damit ihr nichts verpasst und eigene Notizen macht und euch selber ein bisschen fortbildet, ja, bis wir als Gruppe wieder zusammenkommen und schauen, was wir herausgefunden haben mit unserer Arbeit. Gut, erstmal sage ich Tschüss und freue mich, mit euch wieder bald zu sprechen. Tschüss. 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 Tschüss.